Hallo ihr Lieben, es ist 1.50 Uhr, ich bin in Deutschland im Hohenroder, und zwar im hessen Hotelpark Hohenroder, spektakulär. Was gibt's hier zu erzählen? Es ist ein ordentliches Hotel, großteils barrierefrei, sie haben überall Rampen ausgelegt, es ist am Arsch der Welt, es gibt Felder, 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 Bäume, und Felder rundherum, und dieses Hotel ist aber riesig, und ich bin hier, weil ich beim kleinwüchsigen Forum vom Bundesverband des kleinwüchsigen Forums Deutschland heute war der erste Abend, Ankunft, um ungefähr 16 Uhr, werden wir vorgewiesen sein, Check-In, ganz normal, da ein Namenskertchen abholen, und, ja, beim Namen kleinwüchsigen Forum lässt es sich schon erahnen. Lauter kleine Menschen! Unglaublich! Ich hab noch nie so viele kleine Menschen gesehen. Spannend, lustig, verwirrend, spektakulär, schräg, interessant. Das trifft's. Am Nachmittag, wie die Sonne noch da war, gibt's die ganzen Kinder, es gibt total viele Kinder, also diese ganze Partie hier, ist total auf Kinder abgestimmt, finde ich, es gibt auch unzählige kleinwüchsige Kinder, von nicht-kleinwüchsigen Menschen, und kleinwüchsigen Menschen, und unzählige kleinwüchsige Kinder, und die alle haben einen Mundspaß, weil die wird vor sich gemacht, die fahren da in den Wald raus, dann Fußball spielen, und haben totale Action, und es gibt total viele kleine coole Fahrzeuge, so Karts, Roller, Kickboards, extrem cool, selber gebaut, gekauft, es ist unglaublich, wie klein die Dinge sind. Das Essen, grandios! Wir haben das Buffet aufgebaut, und natürlich Buffets sind so hoch. Naja, hier nicht. Hier sind sie 30 cm über dem Boden. Ich würde das alles gerne filmen, ich darf aber nicht, bzw. werde versuchen, das noch zu tun, weil es gibt ja eine strenge nicht Film- und Fotografier-Policy, weil die Leute einfach nicht wollen, dass man nicht adäquat dargestellt wird. Was ich verstehe, aber es ist auch ein bisschen schräg. Weil ich würde ja hier niemanden lächerlich machen, oder demontieren, aber ist die Regel, kann man nichts machen. Heute Abend war Party, Disco, Shake Shake Shake. Das Faszinierende ist, die Mucke ist immer noch dasselbe, wie ich 18 war. Das ist unglaublich. Der DJ Bobo, der Jackson. Was jetzt dazu gekommen ist, ist die Helene Fischer. Super. Alle gehen uns ab. Was ich echt lustig finde, ist, es sind ja hier kleinwüchsige Menschen, und kleinwüchsige Kinder, mit nicht-kleinwüchsigen Geschwistern, z.B. oder nicht-kleinwüchsigen Eltern. Und das ist super, weil die alten Knacker rupfen dann alle auf der Tanzfläche rum, während die Kleinen dazwischen rupfen, und ich habe ein paar so Kinder gesehen, die werden so 7-8 Jahre alt sein, kleinwüchsig, 2-3, und dann war halt ein Mädel dabei, das nicht kleinwüchsig ist, aber dasselbe Alter hat, und die hat sich hingekniet. Die ist auf der Tanzfläche, knient, hat sich getanzt, damit sie in derselben Höhe ist, wie alle anderen. Es war großartig zum Anschauen. Einfach so nett. Ansonsten, so die kleinen Saufen genauso wie die Großen. Unbrauchbar. Und sie partying genauso hart wie die Großen. Es wird gebraten, geshakert, geflirtet, gebärrt, rumgemacht, am ersten Abend schon. Es geht ab, es geht ab. Ja. Ja, das war jetzt der erste Abend. Ich gehe jetzt schlafen. und ich sehe uns mal an, dass... Ich sehe uns mal an, dass... Ich sehe uns mal an, dass... Untertitelung des ZDF, 2020